So Leute, ich bin jetzt im Hotel angekommen und ja, ich zeig dir jetzt mal so eine kleine Mentor und zwar, im Moment fangen wir jetzt hier an so, das ist mein Hund dann habe ich hier das das Badezimmer so, Moment, das Licht sollte gleich angehen ok, das ist das Badezimmer und ja, es ist eigentlich recht groß, die ist nicht so groß, aber ist riesig eigentlich so, dann geht er weiter, hier ist ein Spiegel da ist ein Spiegel so, das ist mein Bett ja, das ist mein Bett hier sieht ganz, also der Bettbezug ist auf jeden Fall richtig schön gefällt mir ganz gut dann haben wir hier Kleider und so und das an der Balkon so da ist noch ein Bild ja, ist eigentlich richtig geil und ich glaube, das Bild, also ich meine, ich nehme jetzt ja nicht so auf sondern so und das ist ziemlich doof, weil ich hätte lieber andersrum aufnehmen sollen aber egal so, wir gehen jetzt auf den Balkon und ich muss sagen, das Wetter na das Wetter ist richtig scheiße und morgen wird es genauso scheiße sein so, ich wechsle jetzt auf so und die Aussicht ist auf jeden Fall richtig geil ähm, ich bin jetzt im Hotel, weil ich nicht im richtigen also, weil mein, unsere, unser Haus noch nicht fertig umgebaut ist beziehungsweise unsere Villa die ist noch nicht fertig, da müssen wir morgen noch so ein paar Sachen machen also Küchen und so außen und dann haben wir hier das hier und jo so am Abend sieht ihr dann das Grotto leider ist, ähm, draußen ist es nicht möglich, da es so hässliches Wetter ist leider, es ist ja richtig schön aber ich bin sicher, ich kann euch das irgendwann anders mal noch zeigen und ihr werdet auf jeden Fall sehen, wie es von außen aussieht und so und die Aussicht ist wunderbar da der Lago Machore so find ich nice also am Abend seht ihr das noch beleuchtet und so und dann ja das war's erstmal für dieses Zimmer für die Roomtour da noch mal mein Hund und ja das war's Peace out und tschö